Wir haben sehr lieb gehaltenen Theater und Hebräisch Theater. Und in Buenos Aires ist damit geschaffen geworden, Tnoat HaNoah Raivri, eine Bewegung von Hebräischem Reden. Und wir haben es geschaffen, ein Theater mit dem Namen Habamah. Und wir haben uns eingeladen, dass wir mit Flächen reden, I-Idisch, I-Hebräisch einzuteilnehmen in der Gruppe vom Theatergruppe. Er ist gegangen in die Felder. Und sich war ein Regisseur, ein größerer jüdischer Scheuspieler mit dem Namen Salmen Hirschfeld. Und er hat zum Ebenen gestellt die Piense. Und wir haben gehalten der Folgen in Buenos Aires und wir haben uns eingeladen, kein Uruguay. Wir haben uns zuvor gegeben Vorstellungen. Nur, es war so, wir haben uns in Uruguay gehalten, als wir schlafen in Apnemia. Nur, es ist durch ein Fenster mit dem Arroz in der Früh. Wir haben uns gehalten, wie der Schiffe lecker in Uruguay. Wir haben uns gehalten die Vorstellung. Und nach morgen hat man gedacht, zu kommen zurück. Aber ich wollte schon nicht die Papiere nach euch zuvor, und nicht reinzukommen. Und wir haben uns gehalten, zu meinen Taten. Wir haben gesagt, dein Sohn ist in Uruguay. Soll er sorgen, wenn er gehalten wird. Also ich bin ins Arroz geformt. Soll er sorgen, weil er zurückkommt. Auf jeden Fall hat er das Dämmen verändigt. Und wir sind dann gekommen zurück in Buenos Aires. Und es war sehr schön gewesen. Also Röp sehr, weil er fleck schlafen mit uns. Und so hat er vielleicht kein Rechen mit uns gegeben. Als wir mit einem geformt, kein Uruguay spielen im Theater. Und wir kommen zurück. So ist das meiste, wo du willst, wenn ich jüdische Kinder.